Heute vor 385 Jahren, also am 3. Februar 1637, wurden bei einer Tulpenversteigerung in Haarlem während der Tulpenmanie die erwarteten Preise nicht mehr erzielt. Beispielhaft für diese Preise steht die Tulpe Semper Augustus. Sie wurde in diesem Jahr als teuerste Tulpe aller Zeiten gehandelt. Einem Bericht aus dem Jahr 1623 zufolge sollten alle damals existierenden zwölf Tulpen dieser Sorte dem Amsterdamer Bürger Adrian Pauf und seinem Gut Hemstede gehören. 1623 kostete jeder dieser Zwiebel 1.000 Gulden. 1624 stand der Preis bei 1.200 Gulden. 1633 war er auf 5.500 Gulden gestiegen und 1637 wurden für drei Zwiebeln 30.000 Gulden geboten. Zum Vergleich, das Durchschnittseinkommen in den Niederlanden lag bei etwa 150 Gulden. Die teuersten Häuser an der Amsterdamer Gracht kosteten rund 10.000 Gulden. Und in Folge dieses setzte ein Preisverfall von bis zu 95 Prozent ein und die erste Spekulationsblase der Geschichte platzte. Und die Spekulanten mussten, um aus den Verträgen auszusteigen, Strafzahlungen leisten. Und damit herzlich willkommen zur blumigen Folge mit High Roller Alex Batzke. Und dem fleischgewordenen Warentermingeschäft Martin Pieler. Das ist eine spannende Geschichte, oder? Ja, 385 Jahre her und die Welt hatte nichts, aber auch gar nichts aus der Geschichte gelernt. So gefühlt alle 50 Jahre platzt irgendwo irgendeine random Spekulationsblase. Meistens Immobilien gab es irgendwie in den 80ern, glaube ich. Das war so die letzte große und dann eben die... 2008. Die dann schlussendlich auch die Weltwirtschaftskrise ausgelöst hat. Ja, so geht das. Also es wiederholt sich alles. Und ja, also übrigens auch zu dieser Wirtschaftskrise, wie gesagt, der Film The Big Short echt mal zu schauen. Das ist wirklich sehr plastisch dargestellt, woran das liegt, dass da wirklich alles zusammengebrochen ist. Wenn einfach jeder tausend Immobilien besitzt und die auf Pump kauft, dann kann das irgendwann nicht mehr funktionieren. Aber ich finde es halt interessant, Immobilien sind ja noch das eine. Das ist ja, das braucht man ja in irgendeiner Weise. Eine scheiß Tulpe braucht ja nun wirklich keiner. Ja, also ich habe da auch noch so ein bisschen weiter nachgelesen. Es gibt auch so unterschiedliche Erklärungsmodelle, warum das passiert ist eben. Und ja, also der Vorteil, also im Prinzip, was es am Ende ist, ist eigentlich egal. Weil es geht ja überhaupt nicht um irgendeinen Gegenwert oder so, sondern man spekuliert ja einfach eben darauf, dass diese Kurse oder diese Preise einfach weiter steigen. Also das heißt, du kaufst ja dann die Dinge, ohne sie jemals zu besitzen und verkaufst sie dann optimalerweise für teuer weiter und so weiter und so fort. Und das geht halt so lange gut, bis halt jemand tatsächlich die Scheiße halt mal bezahlen muss oder soll. Dann ist halt alles kaputt. Naja, aber Geld ist ja nicht weg, Geld hat nur jemand anders und deswegen geht es immer weiter voran. Ja, das ist doch wie immer ein schönes Beispiel und auch eine schöne Geschichte. Hast du Aktien? Nein. Ich habe tatsächlich eher witzig. Ich habe heute noch mit einem Kollegen über diese EFT-Fonds gesprochen, die man sich holen sollte, irgendwie so als Altersvorsorge, dass man diese, da ein bisschen Geld anlegt, jeden Tag, Quatsch, jeden Monat ein bisschen was von seinem Gehalt da abgibt. Und dann irgendwie, da bekäme man sicher 5% Rendite immer raus wohl. Auch mein Schwager hat das auch schon mal empfohlen, glaube ich. Ich verstehe das ja alles nicht und deswegen habe ich auch keine Aktien, weil ich habe wirklich überhaupt keine Lust, mich da in irgendeiner Weise mit auseinandersetzen zu setzen. Und wenn du Aktien hast, dann musst du dich da ja mit auseinandersetzen. Also das läuft ja dann nicht ohne, oder? Hast du Aktien? Ich habe keine. Also Schritt 1 ist, also ich habe vor allen Dingen keine Aktien, weil ich genau das, also ich könnte ja niemals selbstständig entscheiden, wie ich da wo, wie, wann investiere und verkaufe und so weiter. Das heißt, du brauchst immer noch eine dritte Person, der du dein Geld gibst und die das Geld dann für dich irgendwas damit macht. Und diesen Menschen vertraue ich einfach per se nicht. Niemals keinem einzigen. Alles Verbrecher. Ich glaube denen schon, dass die da mehr Wissen vielleicht haben als ich. Ja, ja, aber die ziehen dich ja trotzdem ab. Das nutzen die dann ja auch. Ich habe Wolf of Wall Street gesehen. Ich weiß, was da abgeht. Ja, genau. Nicht mit mir, Leute. So nicht. Und Sätze, die anfängt mit 5% sichere Rendite, können nur gelogen sein. Ja, er sagte, das würde dann irgendwie so weltweit verteilt und irgendwer hätte das Geld ja eben immer und deswegen wäre das relativ safe. Und dann ist es schon nur noch relativ safe. Ja, was man machen könnte, wäre auch irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Kryptowährungen, Farmen, aber darauf habe ich auch keinen Bock, weil ich das auch nicht checke. Meine Grafikkarte wird das, glaube ich, in irgendeiner Weise hinbekommen. Ich weiß auch nicht, warum man dafür Grafikkarten braucht. Habe ich auch nicht verstanden. Aber ich habe verstanden, dass dadurch jetzt Grafikkarten besonders rar und deswegen entsprechend teuer sind. Ja, aber das ist ja schon länger so. Ja, ja, genau. Und deswegen auch die Playstation 5 halt auch irgendwie Probleme hat, rauszukommen, weil alle Leute die Grafikkarten wegkaufen, weil sie meinen, damit irgendwelches komisches Geld farmen zu können. Genau. Wie heißen nochmal diese Kunstwerke? Diese digitalen? Ja, weiß ich auch nicht. NTFs. NTFs, glaube ich, oder? Ich wollte NFT sagen. NFT? Nee, NFT ist dieser Chip, dieser Funk-Chip. Heißt nie, NTFs? Ja, ich glaube schon. Bitte Bezug nehmen mal, falls wir uns mal wieder vertan haben zum Thema, das ist so falsch. Das check ich zum Beispiel auch nicht. Also, das ist ja so ähnlich, so wie irgendwelche Trophäen in Computerspielen zu bekommen, oder? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das halt einfach auch die nächste Spekulationsblase. Ja, kann wahrscheinlich sein. Weil da halt auch wieder einfach faktisch ohne reellen Gegenwert irgendwas durch die Gegend geeiert wird und keine Ahnung. Also, wir sind jetzt nicht unbedingt der Finanzpodcast, den man irgendwie nutzen sollte, wenn man wirklich sehr viel Geld in der Hand hat und das gerne irgendwo anlegen möchte. Das, bitte. Doch. Ja. Die beste Investition ist da www.lehrersprechtag.de-Merch. Richtig, sehr gut. Das ist dann nachher. Eine Lehrersprechtag-Tasse vergeht nicht. Die kann man immer verwenden. Und auch in 2000 Jahren werden noch Archäologen diese Tassen finden und sagen, ach, guck mal, was ist das denn? Aha. Kannst du dir das vorstellen? Das ist richtig witzig. Das wäre richtig witzig. Was haben die denn damit gemacht und warum? Ja, spannend. Aber Tassen wird man immer brauchen. Das ist jetzt ein Statement von mir. Tassen wird man immer brauchen. So. Und die Geschichte wird zeigen, ob du damit recht hast. Ja. So. Apropos Spaß oder macht Spaß. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht Spaß macht oder was bestimmt Spaß macht? In Oberhausen hat so ein neues Freizeit-Zeitverbringungs-Etablissement eröffnet. Es heißt Battle Rooms. Mhm. Und da tritt man dann von vier bis acht Leuten, ich vermute in Teams, gegeneinander an in zehn so Gameshow-artigen Spielen. Ach. Geil. Also man spielt praktisch mit seinen Freunden eine Gameshow. Verschiedene Formate dann einfach nach. Ja, ich habe jetzt auf so Fotos gesehen, irgendwie Tennisbälle in den Basketballkorb werfen, irgendwann mit Buzzern, also wahrscheinlich auch irgendwann mit Fragen. Also so unterschiedliche Sachen, irgendwie Geschicklichkeit, Kraft, dies, das, Eierkrank, Teamwork. Mhm. Klingt richtig spannend. Cool. Ja, das kann man mal machen, ne? Ja, finde ich auch. Es gab ja mal bei ProSieben die beste Show der Welt. Kannst du dich daran noch erinnern, was die mal produziert haben? Ja, auch hier von dieser Florida TV, die auch irgendwie diese ganzen anderen hier Joko und Klaas gegen ProSieben und so weiter Sachen machen. Das haben die mal bei Baywatch Berlin erzählt, wie denen das sowas von explodiert ist in der Hand, wie so ein D-Böller. Weil sie sich halt gedacht haben, okay, wir machen einfach mal eine Show, in der wir alle Shows machen. Aber die brauchten halt dann für alle diese Shows auch unterschiedliche Einspieler, unterschiedliche Jingles, unterschiedliche Animationen, visuelle Effekte. Arbeit is fuck. Und es war einfach so viel Arbeit, weshalb die das dann auch nie wieder gemacht haben. Das war so eine Pitch-Sache wahrscheinlich in so einem Room, wo man so Ideen austauschen kann. Aber ey, lass das mal machen. Gab's da nicht mehr als eine Folge von mir? Vielleicht haben sie eine noch gemacht, um das nochmal wieder zu verwerten, was sie dann da alles für produzieren mussten. Keine Ahnung, kann sein. Haben wir da nicht sogar auch schon eine Podcast-Folge gemacht, wo das eine mündliche Prüfung war? Ja, haben wir. Da hast du die beste Show der Welt nämlich wirklich erfunden. Wo man irgendwie, hört das nach? Das wird sich... Ich kann mich 0,0 daran erinnern. Irgendwie haben wir darüber geredet. Aber es war bestimmt sehr gut. Ja, war wirklich gut. Ja, ich kann mich irgendwo so vage daran erinnern. Ja, wir haben schon so viele mit Gold gemacht. Podcast Gold war das. Ja, was gibt's zu erzählen aus dieser Woche? Nicht so viel tatsächlich. Ich hab zwei Punkte. Ja, dann fang mal an. Ja. Vielleicht eine kurze Geschichte. Ich hab gelesen, manchmal scrollt man ja so durch diesen Google News Feed. Und manchmal gibt's da dann doch interessante Sachen und nicht nur Clickbait. Da hat jetzt jemand, ein YouTuber, den Namen hab ich jetzt natürlich vergessen, aber das findet man raus, den ersten Herr-der-Ringe-Film als Metal-Song herausgebracht. Und zwar als YouTube-Video, drei Stunden lang. Der hat also ist hingegangen, hat die Tonspur genommen, der Blu-Ray, hat alle Sprachspuren weggemacht und hat nur die Hintergrundmusik gelassen und diese dann als Metal-Song nachgespielt. Das heißt, er spielt jetzt drei Stunden lang eben die gesamte Filmmusik, aber als Metal-Version. Das könnte dir gefallen. Halt so mit Schlagzeug unterlegen, so mit Bass unterlegen. Ich wundere mich, dass das nicht in meinem Google News Feed aufgetaucht ist. Ja, und er steht dann, sitzt dann während des Videos, halt zeigt keine Szenen aus dem Film, wäre ja wahrscheinlich verboten. Er sitzt dann da einfach vor der Kamera mit seiner Gitarre und spielt dann die Lead-Gitarre und spielt da quasi dann die Melodie. Das ist mega geil, weil es sind halt die ganze Zeit die Herr-der-Ringe-Melodien und es geht einfach drei Stunden. Du kannst da richtig schön einfach, weil er sagte wohl, dass eigentlich der Soundtrack von Howard Shore ziemlich Metal ist, aber dann halt irgendwie entsprechend mit Orchester-Instrumentalisierung. Damit es keiner merkt. Und er hat daraus dann eben das vermittelt. Und das passt ja eigentlich ganz gut zusammen, Fantasy und Metal, wie man sicherlich denken könnte. Es gibt ja durchaus das ein oder andere Metal-Lied-Album, das sich auch mit Herr der Ringe beschäftigt. Ja, das stimmt, genau. Von Blind Guardian, ne? Und auch andere, ja. Ja, genau. Und er macht halt einfach den gesamten Soundtrack einfach als Metal-Song. Was das für ein Aufwand gewesen sein muss, der hat gesagt, er hat drei Monate dafür gebraucht, das aufzunehmen. Ja, dann bezahlen wir ihn also mit Klicks, klickt es alle an. Ja. Alex sucht den Link nochmal raus und stellt den irgendwo rein. Ja, das kann ich machen. Aber irgendwie auf die Homepage oder so, damit da auch mal jemand drauf geht. Versteckt. Ja. Damit nicht immer nur dieser komische Bot namens Eric auf unsere Homepage geht und uns E-Mails schreibt. Ist er noch da? Er kommt immer wieder und schreibt mir immer, hey, my name is Eric. Und ich so, ja, ich weiß, ich kenn dich mittlerweile. Your SEO is working. That's good. Und ich so, ja, anscheinend doch nicht so gut. Naja. Immerhin, einer benutzt das Kontaktformular. Naja. Ja, und sonst, keine Ahnung. Ich hab hier noch stehen, dass du nächste Woche auf Klassenfahrt bist. Das ist richtig. Das wollte ich eigentlich ein bisschen später erst ansprechen. Aber gut, jetzt, wo du es sagst, wieso ist das ein Thema von dir? Ja. Also erstens, weil eine meiner Klassen, also du hast dich da ja einfach so reingezeckt, ohne da eine Klasse so richtig zu haben. Ja, weil ich so gerne auch Klassenfahrten fahre. Ja, genau. So nämlich. Und so wenig Bock auf Unterrichten hast. Und eine meiner Klassen fährt da eben mit. Deswegen hab ich ein bisschen frei in der Woche. Und eben diese Klasse hatte mich jetzt auch angesprochen, wie wir das denn mit dem Podcast dann nächste Woche machen. Ja. Wenn du auf Klassenfahrt bist und ich nicht. Und ich hab schon gesagt, der gute Herr Batzke wird sein Podcast-Equipment mitnehmen. Richtig. Und wir werden da trotzdem irgendwie versuchen, so gut es geht, irgendwas aufzuzeichnen. Und da hatten die jetzt angefragt, ob sie da zu Gast sein dürfen. Haben die das bei dir auch angefragt? Ja, mittlerweile stehen sie Schlange. Da hatten wir dann so die volle Folge. Ich wollte schon sagen. Weil die Schüler tendenziell voll sind und der Raum, wo aufgenommen wird, ist auch voll. Und dann, ja, ich dachte mir schon, also das wäre doch eigentlich eine ganz nette Sache, dass die Suss, die dann Bock haben, da irgendwie auch zu Gast sein können für einen kurzen Einspieler. Ja, das kann man schon irgendwie hinkriegen, glaube ich. Kriegen wir bestimmt. Kriegen wir bestimmt hin. Ich meine, diese Gelegenheit muss man ja beim Schopfe ergreifen. Also Teil von Lehrer Sprechtag zu werden. Aber Obacht. Denkt daran, ihr seid dann für immer Teil des Internets mit eurer Stimme. Ja, also ihr seid dann bei Spotify, bei Apple Podcasts und auch auf der Homepage bei Amazon Music und überall sonst, wo man uns übrigens auch bewerten kann. Danke. Also sagt was Schlaues. Ja, aber es hat sich ja gezeigt, dass auch die SchülerInnen-Sprechtag-Beiträge ganz gute Klicks generiert haben. Also von daher gerne, kommt vorbei. Da müssen wir uns noch irgendwas überlegen, Martin, dass wir da irgendwie eine Art, keine Ahnung, mündliche Prüfung machen, die irgendwie funktioniert dann irgendwie oder die da irgendwie Sinn ergibt. Ja, also hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Die Problematik daran ist, dann bräuchte man ja verhältnismäßig feste Zusagen dann auch, damit das nicht funktioniert. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Wird es vielleicht so ein bisschen scheitern. Naja, wir lassen das einfach mal so wie immer auf uns zukommen und schauen dann einfach mal so, was passiert. Und ja, also und auch, es könnte ja auch sein, dass auf dieser Klassenfahrt, keine Ahnung, jetzt irgendwie alles schief geht und wir dann nicht aufnehmen können. Da müssen wir also auch nochmal schauen. Also könnte ja der Fall sein, aber ich nehme das Equipment auf jeden Fall mit und im Prinzip spricht da ja nichts gegen. Das Hotel wird ja wahrscheinlich WLAN haben und dann können wir einfach aufnehmen, so wie jetzt auch. So machen wir das. Was ich mich überlegt habe, jetzt wo wir immer so wieder getrennt aufnehmen, ich müsste mir echt mal hier so einen Barhocker kaufen, damit ich hier immer sitzen kann, während wir aufnehmen. Ich stehe hier halt immer eine Stunde rum. Das ist echt anstrengend. Naja, egal. Interessiert nur mich. Und deine Füße. Und meine Füße und so. Ja, das war es auch schon hier von meinem Gelaberzettel. Dann habe ich noch eine Geschichte, genau. Das ist vielleicht auch nochmal eine interessante Geschichte für alle MünsteranerInnen oder auch Leute, die es gerne mal werden wollen. Ich hatte letztens das sogenannte Fahrradschlossgate. Ich habe mein Fahrrad am Bahnhof abgeschlossen. Solche Geschichten erzähle ich ja häufig, aber dieses Mal war es so, ich komme zurück und jemand hat sein Fahrrad neben meins gestellt und auch abgeschlossen. Das bedeutete, dass ich mein Fahrrad nicht rausbekam. Ich habe es mehrfach versucht. Ich habe wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber es war nicht möglich, mein Fahrrad da wegzukriegen, was ganz schön fies war, weil da musste ich irgendwie so wie so ein Blödmann mit dem Bus dann nach Hause fahren und mein Fahrrad da irgendwie alleine im Regen stehen lassen. Ja, und das war ganz schön traurig. Vor allem, ich kam dann am nächsten Tag wieder und dann stand das immer noch da. Das heißt, diese Person war irgendwie nicht nach Hause gekommen anscheinend und hatte das Fahrrad nicht weggeholt. Ja, und es hatte auch einen Zahlencode. Und dann habe ich erst überlegt, soll ich versuchen, den zu knacken? Aber es war ein fünfstelliger Zahlencode. Das heißt, irgendwie Geburtsjahre wären schon mal nicht drin gewesen. Und dann habe ich kurz zusammengerechnet, ich hätte 27 Stunden gebraucht, wenn ich für jede Code-Variante nur eine Sekunde gebraucht hätte, ohne Essen und Schlafen. Und mit kurz zusammengerechnet, meinst du gegoogelt? Na ja. Erwischt. Und dann noch ein bisschen Taschenrechner. Und dann irgendwann, da musste ich auch zweimal mit dem Roller morgens zum Bahnhof fahren, hat mich also auch noch Geld gekostet, also mit so einem E-Scooter. Und dann irgendwann, gestern, war es dann endlich wieder befreit. Es war einfach so sang- und klanglos, so wie so ein Entführungsopfer, was dann einfach freigelassen wird, weißt du? Und das war jetzt mit meinem Fahrrad auch so. Dann bin ich damit nach Hause gefahren und merkte, platt. Und dann habe ich es zu Hause aufgepumpt, dachte, vielleicht ist nur Luft raus und dann ist mir der Reifen geplatzt. Jetzt ist mein Fahrrad tot. Okay. Aber nicht das neue, ne? Nein. Das Münster-Ranz-Rad. Das Münster-Ranz-Rad. Das räudige Münster-Rad. Ja. Es ist ja auch nur so ein kleines Kinder-Rad. Da müsste ich dann jetzt erstmal einen neuen Mantel kaufen. Notiere ich mal eben als Folgentitel. Münster-Ranz-Rad. Räudiges, räudiges Münster-Rad. Ja, finde ich gut, dass wir den Begriff räudig auch mal wieder verwenden. Finde ich auch. Ja, das war mein Fahrradschloss-Gate. Ja, ich hätte da noch eine Nachfrage zu, wie das so juristisch aussieht. Also weil spätestens am zweiten Tag hätte ich irgendwie so einen Bolzenschneider oder wie heißt das Ding mitgebracht und einfach dieses Fahrrad da losgeschnitten. Weil da kann doch nicht irgend so ein dahergelaufener Typ oder Typ hin dein Fahrrad da in Geiselhaft nehmen. Ja, das wäre so die Frage, ob man das dann darf. Und was ist dann das, also, ja. Also es kann ja im, der Worst-Case-Szenario ist, ist es ja Sachbeschädigung und weil du klaust sein Fahrrad ja nicht. Wenn das dann jemand anders klaut, ist das ja nicht dein Pech. Na, wobei, ein findiger Anwalt könnte das auch noch so drehen, ne? Ja, klar. Mit dem Motto, du hast es geöffnet, jetzt, aber egal. Ja, es war auch echt ein Schrott-Ding, ne? Also war jetzt auch kein gutes Fahrrad. Glaube ich nicht. Also am Ende musst du vielleicht die Kosten, also Schritt eins musst du dabei erwischt werden und Schritt zwei musst du dann meiner Meinung nach vielleicht die Kosten von dem Schloss bezahlen. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, aber man kann bestimmt auch andersrum die Person dann, wenn die dich anzeigt, so zurückverklagen, weil, keine Ahnung, also zum Beispiel könntest du ja auf jeden Fall die Kosten geltend machen, die da jetzt für dich entstanden sind, weil du da, was weiß ich, mit dem Bus oder mit dem E-Scooter oder mit was auch immer fahren musstest und zwar, also, ja, müsste man mal gucken, aber am Ende macht man da noch Plus. Aber die Sache ist, du kriegst es ja auch im Prinzip nicht raus, ne? Mir wurde auch gesagt, hier, dann häng doch mal einen Zettel an das Fahrrad und ich denk mir, ja, okay, wenn die Person zurückkommt und das sieht, ja, dann wird sie auch ihr Fahrrad abholen. Da geht ja keiner zu seinem Fahrrad hin und sagt, okay, steht noch alles ganz gut, ich geh da mal wieder weiter. Sondern der holt das dann ja wahrscheinlich ab, ne? Also, äh, ist ja auch alles gut gegangen, bis auf die Tatsache, dass mein Fahrrad jetzt kaputt ist, aber da konnte diese Person auch nichts für, wenn wir mal ehrlich sind, weil der Mantel war schon länger ein bisschen kaputt. Und vielleicht hätte ich auch nicht unbedingt vier Bar auf den Reifen geben müssen. Ich hab halt eine neue Fahrradpumpe und dachte, ah, komm, ich pump mal richtig. Naja, und dann macht's nur noch auf einmal, puff, und kaputt. Okay. Aber ich hab noch eins. Münsteraner, äh, Fahrrad, Fahrequipment, auf jeden Fall, ähm, hier zweite Lampe, wenn du die vergessen hast auszumachen, haben wir jetzt schon gelernt. Und, äh, ein Bolzenschneider oder wie das auch immer heißt, womit man fremde Fahrräder, äh, aufschneiden kann. So 40 Zentimeter lang. Aber, aber, das ist doch auch schon wieder, also, also, das ist einfach schon wieder so, so, da mach ich da direkt einen Fass aus. Das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, also, wie asozial und mir ist der Rest der Welt völlig scheißegal, kann man bitte sein, das zu machen? Ja, ich glaube, das wurde einfach nicht bemerkt. Man hat sich da einfach angeschlossen und hat dann nicht bedacht, dass ich dann da nicht mehr wegkomme, denk ich mal. Weil es ging ja nicht um mein Fahrrad richtig rum, das Schloss, sondern ich hab einfach mein Fahrrad da nicht mehr wegbekommen. So, weil das Schloss so kurz war, zwischen seinem Fahrrad und meinem, und dieser Stange, konnte ich mein Fahrrad halt nicht mehr rausziehen. Okay, dann check ich nichts. Achso, aber der hat nicht dein Fahrrad mit angeschlossen? Nee. Der hat sein Fahrrad angeschlossen, über meinem Fahrrad drüber, das heißt, ich konnte es auch nicht rausheben, aber ich konnte es auch nicht rausziehen, weil es zu kurz war. Okay, ich check's nicht. Ich schick mal ein Bild. Ich schick mal ein Bild in die Story bei Instagram. Ja, verstehe ich nicht. Gut. Ja, man merkt also, wir haben diese Woche nicht so richtig viel zu erzählen, anscheinend, aus den Fahrradgeschichten. Manchmal ist das einfach so. Ja, aber trotzdem, also man muss halt gucken. Genau, ich finde halt einfach, man soll halt einfach mal ein bisschen mehr auf andere Menschen achten. Irgendwie. Also, das sind so ganz viele, also ich kann mich ja aber dann auch über so Sachen in Rage aufregen. Auch so Sachen wie so diese Klassiker mit in Bus oder Fahrstühle ein- und aussteigen und irgendwie so. Also, das sind so rudimentäre gesellschaftliche Verträge, die wir eigentlich mal so geschlossen haben, die irgendwie plötzlich alle nicht mehr so richtig gelten. Hinter Rolltreppen nicht stehen bleiben. Ja, was ich jetzt momentan bemerke, was mich mega, was mich ganz aufrechtert, dadurch, dass du ja jetzt Corona-bedingt so Fahrstühle nicht mehr so voll quetscht wie sonst, kommt es ja jetzt immer wieder in diversen Situationen, wo es Fahrstühle gibt und man Fahrstühle benutzen muss, zu so Schlangen. Ja. Und am schlimmsten oder am meisten fällt mir das auf, in dem Kaufland, in Bottrop, der ist ja relativ groß, da gibt es irgendwie so vier oder fünf Fahrstühle, die runter ins Parkhaus fahren. Mhm. So. Und ich sag mal, Moment, also ich glaube, es gibt da jetzt aktuell keine konkrete Regel mehr, aber ich sag mal, mehr als zwei Haushalte will man in so ein Fahrstuhl ja nicht reinmachen. Nein. So optimalerweise fährt man alleine. Eigentlich nur ein Haushalte, ja. Ja, genau, also optimalerweise fährt man alleine. So. Und dann passiert das ganz oft, dass ich da so stehe, so relativ mittig, da sind so fünf Fahrstühle, drei auf der linken Seite und zwei auf der rechten Seite. Dann stehe ich so mittig und hab halt gedrückt und wenn du halt drückst, drückst du ja nicht für einen, sondern für alle Fahrstühle. So, das heißt, in meiner Welt bedeutet das, also ich bin jetzt ganz vorne in der Schlange, der nächste Fahrstuhl, der kommt, ist meiner. Und dann kommt so von den fünf, egal welcher es ist. Und dann gibt es aber so Leute, weil du dann so mittig stehst, damit du dazu alles gut im Auge hast, ne, da kommt hinten links der Fahrstuhl und dann schlawinern die sich da rein und fahren und, ja, wo stehen die da? Und dann denke ich mir so, Sama! Genau. Sama! Ja. Hashtag Sama! Und das Ding ist halt, unter anderem, ich glaube, dass die Leute das wirklich nicht aus Bosheit machen. Ich glaube, die Leute bemerken das einfach nicht. Ja, aber das ist ja auch ein Problem. Also das ist ja auch eine Charakterschwäche, wenn du so, so ein Egomane bist, dass du nur, ich nimm jetzt den Aufzug. Ja. Ja, geht mir auch immer so, weil ich genau anders bin. Also ich versuche immer, mein Umfeld zu scannen. Werdet mal alle bessere Menschen. Glaube ich zumindest, meistens. Und zu gucken, ob alles okay ist. Genau. Werd mal alle bessere Menschen und seid lieb zueinander. So. Um das auch mal so zu sagen. Ja, aber das löst ja einfach so viele Probleme. Also wenn alle Menschen aufmerksamer wären, würde es ganz viele so Mikrokonflikte halt einfach nicht geben. Apropos Mikrokonflikt. Ich habe eine gute Tat vollbracht. Ich dachte, apropos aufmerksam. Ja. Das vielleicht auch. Ich habe den batzkischen Mikrokonflikt mit, ich komme nicht in Einkaufsläden ohne Wagen rein, ein für allemal gelöst. Ich habe Alex ein Einkaufswagen-Knack-Chip-Werkzeug geschenkt. Und obacht, es ist auch noch ein Flaschenöffner. Voll super, ja. Ich meine, für den Flaschenöffner habe ich hier auch noch einen Ring. Aber vielen, vielen Dank, lieber Martin Pila. Also ich habe ihn auch schon benutzt. Er funktioniert. Und es ist wirklich eine Offenbarung, eine Bereicherung, ja. Also ich benutze ja nicht so häufig Einkaufswagen, jetzt auch, wo man die wieder nicht mehr braucht, also zwanghaft braucht. Aber manchmal kaufe ich ja dann doch schon so viel ein, dass ich einen brauche. Und dafür kann ich ihn jetzt gut benutzen, dieses Einkaufswagen-Knack-Ding. Sehr schön, ja. Und ich schwöre hiermit hoch und heilig, ich werde damit keine Jackass-Videogeschichten machen mit einem Einkaufswagen, die ich dann quasi klauen kann. Das mache ich eigentlich nicht. Schade. Oh, wobei, mal schauen. Also für die TikTok-Klicks wäre es schon gut. Ich wollte gerade sagen, das wäre guter TikTok-Content. Das wäre TikTok-Content at its best, ey. Ja. Naja, schauen wir mal. Okay, dann schwöre ich das jetzt erstmal. Dann ziehe ich den Schwur zurück. Mal gucken. Oder breche ihn. Oder so. Auch das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ja, also da nochmal vielen Dank. Vor allem, um das aus meiner Perspektive nochmal zu sagen, der Martin Biele hat mir das letzte Woche so überreicht, dass das Teil und gesagt hat, ich brauche noch eine gute Tat. Hier, hasse. Ja, okay. Also wie die meisten unserer guten Taten, nicht ganz ohne Hintergedanken. Diese Karma-Problematik hatten wir ja schon letzte Woche. Ja, ist gut, aber ich meine, wie gesagt, wenn es dazu führt, dass mir anderen Leuten eine Freude machen, dann hat es doch was. Ja. Ja, ich habe sogar auch schon noch eine weitere gute Tat, weil noch ein anderer Punkt ist mir nämlich aufgefallen. Man reflektiert dann wiederum auch so ein bisschen mehr. Ja, also so Dinge, die für mich eigentlich so normal sind, sind ja dann stellenweise trotzdem eine gute Tat. Weißt du, wie ich meine? Und vielleicht, da kann man ja zur Not dann auch einfach drauf zu kommen. Genau, das fand ich auch gut, dass du das so gesagt hast. Das wäre doch auch eine gute Tat gewesen. Oder das war doch auch eine gute Tat und so. Ja, stimmt. Das mache ich ganz normal so. Selbstverständlich, aber es ist eine gute Tat. Ja, sehr schön. Ja, lass mal ein bisschen voranschreiten, würde ich sagen. Wir sind ja quasi jetzt schon in dem Rubrikenteil unseres Podcasts angekommen. Aber ich hatte ja schon vor zwei Wochen angekündigt, dass die mündliche Prüfung vielleicht ein wenig aufwendiger wird. Und deswegen, lass mal ein bisschen Jaller machen, weil ich glaube, die dauert ein bisschen länger. Okay, dann habe ich noch einen Klopper der Woche. Und zwar lese ich mit meinen Schülern gerade einen Roman. Und weil der Roman aus dem Zentralabitur als nicht mehr abiturrelevant, coronabedingt gestrichen wurde, habe ich mir natürlich dann auch entschieden, den direkt nicht zu lesen, sondern die Schüler selber einen Roman aussuchen zu lassen, den sie lesen möchten, was halbwegs in das Thema passt. Und das haben sie auch gemacht, sich einen ausgesucht. Und der ist aber in der Originalsprache auf Englisch. Und ein Schüler hat den sich einfach auf Englisch gekauft. Aber Moment, also ist der schon gut genug. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum das denn? Also, aber auch mit voller Absicht, weil er sagte, war billiger. Und es geht noch weiter. Und es geht noch weiter. Und er weigert sich auch jetzt vehement, weil er so, nö, ich habe das hier, der Text liegt vor, dies und das, was soll das, ne? Und jetzt war, in der letzten Stunde, hatten die dann die Aufgabe, so sprachliche Gestaltungsmittel aus dem Text heraus zu arbeiten. Ja, ist doch spannend. Ja, und dann fragte er so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und ich so, ja, ist jetzt erst mal nicht mein Problem. Sie haben doch den Text angeblich vorliegend. Dann schießen sie mal los. Und dann meinte er so, ja, wenn ich jetzt hier englische Stilmittel finde, kriege ich dann trotzdem eine gute Note in Deutsch. Ja, das ist nämlich hier fächerübergreifender Unterricht. So soll es doch sein. Das wünschen wir uns doch schon seit Jahren. Ja, sehr gut. Welcher Roman ist das? Darf ich das wissen? Ja, es ist Tote Mädchen lügen nicht. Okay. Also, wie diese Serie. Ja, genau. Also, die ist, die Serie basiert auf dem Roman. Und, ja, sehr ganz gut. Ja. War billiger. Sehr gut. Einfach gekauft, war billiger. Ja, und warum auch nicht? Aber da ist doch interessant. Da könnte man doch wirklich dann auch mal eine eigene Stunde noch mal draus machen, quasi, um so kleine Übersetzungssachen zu vergleichen. Ich wollte gerade sagen, es ist total spannend, weil wir haben jetzt schon zwei Stellen gefunden, wo wirklich die deutsche Übersetzung gravierende Sinnunterschiede hervorruft. Und, ja, ich bin fast schon geneigt, da noch, also, aber das Problem ist, das ist halt mega schwer umzusetzen, weil da müssten ja eigentlich alle beides hintereinander sozusagen immer parallel lesen. Das wird nicht zu machen sein. Aber, ja, also, die zwei haben wir sozusagen durch Zufall gefunden. Ja, genau, so würde ich das auch machen. Genau, weil sich dann einfach irgendwie ein Schüler sagte, ja, hier so und so. Und dann sagte der so, nee, ist doch ganz anders, steht doch da ganz klipp und klar. Und dann zitiert, hat er an der englischen Stelle zitiert, wir haben das Äquivalent im Deutschen gesucht und festgestellt, nee, das ist halt was anderes. Dann ist die Frage, warum macht der Übersetzer, die Übersetzerin das, ne? Ich tendiere dazu, dass sie schlecht ist. Okay, ja. Also, weil, es gibt keine andere Erklärung. Ja. Also, weil es wirklich, also, es waren wirklich... Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass irgendwie was dann witziger ist oder irgendwie das... Nee, es waren wirklich einfach in zwei Fällen inhaltliche Unterschiede. Okay. Also, was ich jetzt gerade parat habe, ist irgendwie, es geht darum, im Englischen ist irgendwie so bla bla bla, break up with her, also hat mit ihr Schluss gemacht. Mhm. Und in der deutschen Übersetzung steht dann irgendwie so, hat mit dem Freundeskreis gebrochen. Okay. So. Und da bin ich dabei, das ist einfach eine schlechte Übersetzung, weil dieses Break up, ja, ne, mit dem Freundeskreis brechen, im Sinne von Break kann man, aber eben, man kann ja nicht, ich habe mit meiner Freundin gebrochen, sagt man ja nicht. Also, das muss einfach... Außer bei einer Party vielleicht. Ja, ne, so... Haare gehalten. Un, 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 ja, weiß ich nicht, wie ich das formulieren soll, einfach so, so Larifari-Übersetzung halt. Ja, gebrochen, Break up, nee, da würde ich auch sagen, Schluss machen irgendwie, ne? Ja, ja, genau, und das könnte man ja da easy, hätte man da easy so übersetzen können, aber hat, ich glaube, er nicht gemacht. Hast du das Buch sogar vorliegen? Nee, okay. Nee, 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 ich habe gerade geguckt, ob ich es hier irgendwo... Aber er hat einen coolen Namen, also der Übersetzer, also cool, er heißt irgendwie so Kurt, nicht Kurt Krömer, sondern Kurt Krüger oder irgendwie so, klingt schon wie jemand, der kein Englisch kann. Ja, und er klingt vor allem wie jemand, der so ein Buch, so ein modernes Buch nicht unbedingt übersetzen sollte vielleicht, ne? Ja, naja, klar. Wer Kurt heißt, der sollte moderne Bücher nicht übersetzen, so, das ist doch jetzt auch mal wieder ein Statement. Kurt, mein Opa hieß Kurt, ja, so, ähm, so ist das, ja, so jetzt komm, 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 dann lass mal loslegen, äh, mit deiner lang angeteaserten, unglaublich komplexen München Prüfung, Fallhöhe hast du dir auf jeden Fall ausreichend aufgebaut. Ja, mal schauen wir mal, ob, ob das auch funktioniert oder ob du auch den Schirm aufspannen kannst bei dieser Fallhöhe. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen, dass, es gibt einen Song von der Sängerin äh, der britischen Sängerin Anne-Marie. Äh, kennst du die? Nein. Okay, die hat einen Song rausgebracht. Okay, dann machen wir die Prüfung nicht. Dann eben was anderes. Nein, äh, die hat vor ein, zwei Jahren einen Song rausgebracht, der hieß 2002. Und das ist so ein Popsong, da geht's im Prinzip um das Jahr 2002, äh, was sich erstmal so aus dem Titel ergibt. Und, ähm, erstmal ist das ja ganz, eine ganz nette Idee. Und dann zitiert die halt so, ähm, aus Songs und erzählt so, was sie so gemacht hat, als im Jahr 2002. Das Problem ist, das ist an vielen Stellen nicht ganz korrekt, weil die Songs, die sie zitiert, sind nicht aus dem Jahr 2002. Und, ähm, dann spricht sie so von erster Liebe und Küssen und bla bla bla. Aber ich hab nachgelesen, Anne-Marie, also die Sängerin, äh, war zu diesem Zeitpunkt elf. Und mit elf ist man wirklich noch nicht so richtig so mit liebemäßig am Start, glaub ich. Also, weiß man ja nicht. Weiß man nicht, wie das in England so ist. Wie die gute Anne-Marie so drauf ist. Genau, wie die gute Anne-Marie so drauf ist. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie, irgendwie ist das so, das funktioniert nicht so richtig. Dann hab ich aber überlegt, okay, wir sind ja ein bisschen älter. Und wir sind ja, äh, das, das werden wir auch nicht müde zu betonen, wie alt wir immer schon sind. Und, äh, wir haben das Jahr 2002, glaub ich, noch wesentlich besser in Erinnerung als der Songwriter von dieser Anne-Marie. Und, äh, deswegen, und deswegen hab ich mir überlegt, machen wir mal wieder eine Chartshow, ähm, über das Jahr 2002. Ähm, und diesmal ist es eine Chartshow, äh, als Gretchenfrage. Als Gretchenfrage Deluxe. Wir haben ja in einer der früheren Folgen, haben wir ja schon mal eine Chartshow gemacht. Und da ging es ja darum, dass du irgendwie zu jedem Einsat-Titel irgendwie was sagen musst. Da war ich der Panel-Promi. Genau, da warst du der Panel-Promi und hast ein bisschen was gesagt und hast deinen Sänf dazu beigetragen und warst auch oft nicht amused über die Lieder, die da so rauskamen. Genau, weil wir festgestellt haben, da ging es um die Nullerjahre, ne? Dass da die Nummer eins Sänf der Nullerjahre einfach deckenflächend relative Scheiße sind. Ganz genau. Und deswegen hab ich mir überlegt, okay, was gefällt denn dem Herrn Pieler? Und da bin ich in der Chartmusik zumindest dahin gekommen, dass, ähm, einerseits Rockmusik und Hip-Hop dir irgendwie in gewisser Weise gefallen. So, und deswegen ist das jetzt jedes Mal für jeden Monat jeweils ein Song aus dem weitestgehenden Genre Rock und weitestgehend aus dem Genre Hip-Hop. Und du machst eine Gretchenfrage, also entscheidest dich für einen dieser beiden Songs, darfst aber, es ist eine Gretchenfrage plus, du darfst quasi dazu noch was sagen. Sonst ist ja Gretchenfrage immer, dass man einfach nur schnell wegredet, aber das wäre ja ein bisschen schade, deswegen darfst du immer dann noch was dazu sagen auch. Genau. Also, ich werde jetzt eben dir zwei dieser Songs nennen und auch, ähm, einmal abspielen. Denn ich habe sie zusammengeschnitten. Wir dürfen ja jetzt. Jetzt 15 Sekunden von jedem. 15 Sekunden von jedem Stück. Deswegen dauert das halt auch ein bisschen alles, ne? Aber damit du so eine kleine, auch, ähm, ein kleines Gefühl für den Song bekommst, falls du ihn zum Beispiel nicht kennst, kannst du ja einfach auch aus Gusto sagen, das ist jetzt mir lieber. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und wir beginnen alles 2002 und dann jetzt so Monat für Monat durch. Genau. Ist jetzt nicht immer der erste, äh, Nummer eins der Charts, weil das ist immer Shakira whenever, wherever im gesamten Jahr. Sondern ich habe so ein bisschen rumgescrollt und halt immer versucht, so zwei Songs zu finden. So. Okay. Es geht los mit dem Januar und, äh, mit Nickelback, How You Remind Me versus Afro-Man Because I Got High. This is how you remind me of what I really have. It's not like you, it's a story. I want to be not a different story. This time I'm mistaken. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. Uh, light at my room, it's still messed up. Jo. Jo. Kann ich beide. Ähm. Soll ich das von meiner jetzigen Warte bewerten oder soll ich versuchen, so einen 2002-Vibe aufzubauen? Wenn sich das durchaus unterscheidet, du kannst ja was dazu sagen. Äh, also ich fand damals auf jeden Fall beide Lieder gut, so. Ähm. Ich glaub, boah, weiß ich jetzt gar nicht, also jetzt heute, heute beide nicht mehr so gut. Ähm. Ja. War wahrscheinlich am Ende Nickelback, aber mir fällt es, mir fällt es schwer, hier öffentlich zu behaupten, dass ich Nickelback gut finde. Dann werde ich auf dem nächsten, auf dem nächsten Wackenforttreffen direkt mit Bierflaschen beworfen. Zurecht. Ähm. Du musst ja nicht sagen, dass Nickelback gut finde, es ist doch nur besser. Ja. Wobei, nee, eigentlich, also nee, komm, hier, ich nehm, ich nehm Afro Man, Because I Got High, das ist witziger. Ich find auch, es hat so ein bisschen mehr Originalität, ne? Also das ist schon irgendwie so historisch gesehen, was die... Ich glaub, das Video war auch mega, also das Musikvideo war mega witzig. Ja. Okay, gut. Zu Nickelback muss man auch irgendwie sagen, alle Singles, die die rausgebracht haben, sind irgendwie lame, aber die Sachen auf den Alben sind teilweise gar nicht mal so schlecht. Ähm. Aber egal, du hast dich jetzt für Afro Man und Because I Got High entschieden und deswegen geht's jetzt weiter mit dem Februar. Alanis Morissette, Hands Clean versus Busta Rhymes, Break Your Neck. Busta Rhymes auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, oder? Ja. Würde ich jetzt fast schon, also ohne den Rest zu kennen, würde ich sagen, bestes Lied 2002. Einfach. Ja. Ist großartig. Und gut gealtert kann man sich einfach für immer geben. Finde ich auch. Unglaublich. Und auch verdammt schnell gerappt, ne? Unfassbar schnell. Ja, wobei das ja tatsächlich so mit eins der Markenzeichen von Busta Rhymes ist. Also der war immer schon besonders schnell. Und, ähm, ja. Alanis Morissette mochte ich auch noch nie. Ähm. Ne. Ist halt so richtig. So. Also das hat's Rockmusik zu bezeichnen. Das ist auch schon gewagt. In der Vorbereitung konnte ich dann ja auch ab und zu nochmal ein paar Musikvideos dieser Lieder anschauen. Und, ach, herrlich. Muss man sich echt nochmal gehen. So Hip-Hop-Musikvideos aus den Nullerjahren. Großartig. Wie die aussahen auch, ne? Ja, genau. Busta Rhymes hat dann auch diese, 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 ähm, wie heißt das? Die Grills. Genau. Auf den Zähnen, diese Dinger. Ja. Okay, machen wir weiter mit dem März. Creed, My Sacrifice. Und, ja, jetzt wird's ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip ist das schon Hip-Hop-ig. No Doubt mit Hey Baby. Hm. Hm. When you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal, with a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the voices. Ähm, No Doubt, nehm ich auf jeden Fall, ähm, von Creed gibt's aber noch ein bekannteres Lied, oder? Ja. Ich will mal eben schnell, weißt du, wie das heißt? Find ich auf jeden Fall auch besser. Ja, kann sein. Can you take me higher? Ja. Ja. Also, auch so okay, also, auch so nickelbackig irgendwie, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, und No Doubt, super, äh, auch hier, äh, wie heißt sie, Gwen? Stefani. Stefani, Solo, mega, also, einfach gut. Ja. Und ich glaub, da haben sie tatsächlich mal so ein bisschen versucht, so, ja, es ist schon ziemlich poppig oder Mainstream-Hip-Hop-ig an dieser Stelle, da kommt ja irgendwie noch so ein, so eine Art, so ein bisschen Reggae-mäßiger Rap-Teil noch mit rein und so, also es passt schon, ist, ja, also ob man es jetzt an Hip-Hop-Zeit ist, will ich nicht sagen. Ich glaub, die Solo-Sachen, die Solo-Sachen von ihr gehen da ja auch noch mal deutlicher in die Richtung. Ja, genau. Ja, genau. Ich fand, ich fand Creed damals irgendwie schön, weil es irgendwie so eine, es ist halt irgendwie so, so Wohlfühl-Rock-Musik, so ein bisschen, ne? Kuschel-Rock. Kuschel-Rock, genau, ja, so können wir, ja, genau so bezeichnen wir das, ja. Ähm, aber so mit Liebeskummer geht das. Okay, April, wir kommen in den April. Marilyn Manson, Tainted Love versus J-Lo featuring J-Rule, Ain't It Funny, ähm, Remix. Ja, locker Marilyn Manson. Ähm, hör ich auch einfach immer noch gerne, also Tainted Love und, äh, dann hat ich auch noch ein Sweet Dreams, äh, Cover sind, glaub ich, die beiden gefühlt besten Lieder von ihm. Ähm, wobei eigentlich, ja, wobei, äh, mehrere Lieder. Ähm, hattest du auch diese, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine urbane Legende ist, aber ich glaube schon, ähm, damals gehört, dass sich Marilyn Manson zwei Rippen hat rausnehmen lassen, damit er sich selber einblasen kann. Ja. Stimmt das? Weiß ich, wahrscheinlich, also, wahrscheinlich nicht zuzutrauen ist es ihm. Wäre es. Das ist so ein bisschen so wie Tony Hawk ist tot. Das war so die Zeit. Ja, genau. Frühe Nullerjahre, da ist Tony Hawk im Dreimonatstakt gestorben und, äh, Marilyn Manson hat sich ihre Moral rausnehmen lassen. Genau. Ja. Und das andere hier, J-Lo featuring, äh, Ja Rule war das, ne? Mhm. Mhm. Ja. Äh, kannte ich auch, fand ich auch okay, damals auch besser. Ähm, ich meine, das war ja auch so ein bisschen die Zeit, wenn man überlegt, 2002, ne, da waren wir so, so um die 16 irgendwie so plus, minus, ne? Ähm, das waren natürlich auch so die Songs, wo man, ähm, sich an die, äh, äh, mit den, mit den Mädels schäkern konnte. Genau, ja. Das ist ja auch meine Zeit, wo ich, wo ich in die Tanzschule kam und da bin ich dann dem Hip-Hop auch wieder ein bisschen näher gekommen, weil das halt dort auch entsprechend immer gelaufen ist, ne? Und Ain't It Funny gibt's ja eigentlich auch von J-Lo als, oder von Jennifer Lopez dann als, äh, diese Latino-Geschichte. Mhm. Und dann hat sie ja irgendwann diese Remixes rausgebracht, äh, wo dann auch so, oder Jenny von LeBlock und so, äh, wo dann entsprechend diese Hip-Hop-Sachen gemacht wurden, wo sie sich dann J-Lo nannte, so. Genau. Aber Tainted Love gewinnt, ja. Eigentlich im Original von Soft Cell und jetzt hier in diesem, äh, Rock-Cover von Marilyn Manson. Wir kommen in den Mai, in den Wonomonat Mai und hören, äh, P.O.D., Youth of the Nation und J. Ruhl nochmal, featuring Ashanti, der hat sie alle gehabt, äh, Always on Time. Bis zum nächsten Mal. Ja, nämlich P.O.D. Vielleicht jetzt hier noch ein bisschen prototypisch. Also das war ja auch genau diese Zeit von diesen New-Metal-Crossover, wie man es auch immer nennen will, Bands, die da alle gekommen sind und so weiter. Und die ja auch mit daran schuld sind, dass ich jetzt eben die Musik höre, weil ich ja wirklich vorher eigentlich so komplett nur vom Hip-Hop oder vom Rap besser gesagt komme. Die haben so diese Transformation von mir, sag ich mal, irgendwie musikalisch irgendwie eingeladen. Also Limbiscuit, Linkin Park, P.O.D., Clawfinger und Winzer, alles gab halt irgendwie. Und das war halt genau diese Zeit, so späte 90er, frühe Nullerjahre. Da war ja die Hochphase Korn natürlich auch. Und ja, mega. Den hatte ich auch noch auf jeden Fall gut im Ohr, den P.O.D. Fand ich auch super, dass der da dabei war. Da gab es aber auch noch, das ist aber auch nicht der beste Track von denen. Das war, glaube ich, nicht die erste Single, die erste Single von denen. Die war noch ein bisschen cooler, komme ich aber jetzt gar nicht drauf. Ja, und hier das andere hier, ich sag mal so, Ja Rule featuring irgendeine Alte. Der hat ja wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, da alle gehabt. Der war irgendwie auf jedem Track von irgendwelchen R'n'B-Künstlerinnen mit drauf. Die klingen gefühlt auch alle gleich. Genau. Und gilt für alle das Gleiche. Das war halt, ob das der war oder der J-Lo-Track oder wer auch immer, funktionierte immer gleich. Genau, später hat das dann der Timberland übernommen. Also nicht der Timberlake, sondern der Timberland, dieser Rapper, der dann auch irgendwie immer alle dabei hat. Der Producer fand. Der hat ja die Beats gebaut. Richtig. Ja, und der J-Rule, der hat da ein bisschen dazu gerappt und dann hat irgendwie eine Frau entsprechend hochgesungen und dann war gut. Mehr brauchst du nicht. Okay, Juni, wir kommen nochmal quasi zu Nickelback, aber hier Solo. Chad Kröger mit irgendeinem anderen Dude, Hero aus dem Soundtrack von Spider-Man. Spider-Man 1, ja, ja. Genau, und jetzt wird spannend, Sammy Deluxe und Afrop und noch jemand anders, Four Fists. Ich stehe auf der Bühne. Ja, Sammy Deluxe auf jeden Fall. Den habe ich ja auch schon mal als Hausaufgabe aufgegeben. Ich vermute, ich bin jetzt nicht, ich lehme jetzt ein bisschen am Fenster. Ich vermute, das ist von diesem ASD-Kollabo-Projekt von den beiden, also Afrop und Sammy Deluxe haben ein oder vielleicht sogar zwei Alben zusammen rausgebracht als ASD, also Afrop und Sammy Deluxe. Und ich meine, da ist der Track auch von, ist jetzt nicht der allerstärkste aus dieser Kombo-Zeit, aber geht auf jeden Fall auch gut. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also dieser Refrain, sagen wir mal, der ist auf jeden Fall bekannt. Und wie ich das jetzt gehört habe, mir war das Lied nicht so bekannt, aber als ich jetzt Sammy Deluxe wieder habe rappen hören, fand ich super, großartig, ganz toll. Genau, vom Titel her konnte ich es gerade auch nicht einordnen, aber als ich ihn dann gehört hatte, dann war ich abgeholt. Im Musikvideo sind die so Musketiere. Aber Hero, da haben wir beide gerade, das konnte man nicht sehen oder nicht hören, wir haben so gestikuliert, das ist halt so Hero-Musik, genau. Das passt schon zum Song und mit Erinnerung an diesen Spider-Man-Film, quasi haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ist das auch ganz cool gewesen. Ja, genau, war auch schön, aber Sammy Deluxe gewinnt hier. So, Juli und zwar jetzt Pink, Don't Let Me Get Me und jetzt kommt der Rapper des Jahres 2002, Nelly mit natürlich Hot In Her. Okay, war ein bisschen biased, dadurch, dass ich das schon so angekündigt habe. Ja, man hätte jetzt, ich glaube auch, wenn man jetzt hier diesen Teams-Chat hier mitgeschnitten hätte, hätte man auch richtig heißen TikTok-Content gehabt. Definitiv. Ja, muss man Nelly nehmen, glaube ich. Also ich habe nichts mehr an, du. Muss man Nelly nehmen an der Stelle, glaube ich, ja. Ja. Aus irgendwelchen Gründen hatte er immer so ein Pflaster. Ja, genau. Pflaster und sind Stirn dann. Und ja, Pink, vielleicht so grundsätzlich irgendwie, aber auch einfach eine gute Künstlerin. Also irgendwie zwar immer so völlig in diesem Pop-Mainstream, aber halt da trotzdem immer irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht und auch textlich ist das halt nicht so der übliche Scheiß irgendwie, sondern alles ein bisschen durchdachter, sage ich jetzt mal. Ja, und die Musik ist durchaus ziemlich rockig. Also in diesem Song, Don't Let Me Get Me, kommt auch noch ein Gitarren-Solo und so. Also es ist schon in dieser Pop-Zeit schon etwas, was man durchaus als Rock bezeichnen kann. Und live übrigens auch riesig. Also habe ich jetzt nie persönlich live gesehen, aber wenn man nur so live Aufnahmen sieht, zum Beispiel, wie gesagt, an Silvester liefen ja auch ganz viele Live-Konzerte. Es ist super und wirklich super gut. Aber nee, also Nelly gewinnt hier, finde ich auch einfach, weil eigentlich der Song des Jahres 2002 ist auch komisch geschrieben. Nicht hot in here, sondern hot in her, wirklich so. Aber so spricht das ja auch aus. Es ist so heiß hier drin, ich mache die Hose auf. Okay. Im August, wir sind so ein bisschen in dieser Sommer-Hit-Zeit, kommen dann die Red Hot Chili Peppers mal wieder um die Ecke mit By The Way. Und jetzt wird spannend, massive Töne mit Cruisen. Wir sind die Cruisen, nie am Losen, weil wir ruhen, wenn wir Cruisen. Können wir uns bitte einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen, was für eine lyrische Meisterleistung dieses Lied ist. Wir sind die Coolsten, wenn wir Cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, nie am Losen, weil wir ruhen, wenn wir Cruisen. Ja, danke dafür, ey. Ja, das hat man damals auch aus mir nicht nachvollziehbaren, also jetzt nicht mehr nachvollziehbaren Gründen unglaublich gefeiert. Ich meine, ja, irgendwie so ein Street-Ding, aber es ist ein unglaublich schlechtes Lied. Es ist so richtig, richtig schlecht. Richtig schlecht, also grausam schlecht. Es ist auch nicht cool oder so, es ist auch nicht so Street, wie es sein möchte. Es ist Cringe 3000. Ja, auf jeden Fall. Also, wer denen das eingebrockt hat, also wirklich. Aber auch irgendwie in die Geschichte eingegangen. Ja, also wirklich kein gutes Lied. Red Hot Chili Peppers entgegen schon ein gutes Lied. Definitiv. Ich bin kein großer Red Hot Chili Peppers Fan. Auch nicht. Aber By The Way war schon toll. Ja, und die haben ja viele, die haben ja viele, also einfach so groovige Sachen, die man nicht so richtig schlecht finden kann. Ja. Und der Bass in By The Way ist einfach richtig krass. Also, Flea da am Bass, das ist wirklich, also von Bassisten-Seite her immer auch als einer der Helden angesehen. Ja, guter Mann auf jeden Fall. Ja, guter Mann. So, jetzt kommen wir in den September. Der Sommer neigt sich so langsam um den Ende. Im Sommer hat man vielleicht, ach egal, erinnert euch daran selbst zurück, wenn ihr schon so alt wart. Jetzt kommen wir zu Ariel Levine, Complicated und Will Smith, Black Suits Coming. Jo, ähm, Soundtrack zu Man in Black 2, ne? Mhm. Ja. Äh, ich tatsächlich auch. Ähm, als du's gesagt hast, dachte ich erst, es ist eindeutig, aber jetzt beim Hören dann doch nicht mehr. Ich hatte nämlich vergessen, wie viel Druck in dem, äh, in dem Black Suits Coming ist. Ja. Ich hatte nur noch so diesen, diesen, ich hatte nur noch so diesen Refrain im Ohr, der ja doch eher so, Black Suits Coming, da, 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 da. So ein bisschen Wischi-Waschis, aber das, äh, hat jetzt schon mehr Druck gehabt. Aber ich war so verliebt in Every Loving. Auf jeden Fall so. Deswegen muss ich die nehmen. Aber, äh, Skater Boy, besseres Lied. Ja. Ja. Ist auch das bessere Lied, äh, um es mit der Band zu spielen, weil es ein bisschen mehr auch ein bisschen mehr nach vorne geht. Äh, aber Complicated, damit fing's ja alles an. Damit kam Every Loving ja auf einmal daher und, oh, toll, super, ja. Und hat allen Britney Spearses und Angelina, äh, 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 Christina Aguileras und wie sie alle heißen. Ja. So was von den Arsch getrennt und gesagt, ja. So zwei Mittelfinger gezeichnet und so und fertig, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, Every Loving, das waren noch Zeiten damals, ja. Habe ich ja auch letztens nochmal wieder drauf hingewiesen, dass es da ein neues Album gibt, aber daran, mit dieser Erinnerung, daran zurück, Complicated oder Skater Boy, super. Ja, da muss der Will Smith leider, trotz des coolen Riffs. Ja, ein guter Song, ja. Ja, ein guter Song. Den gebe ich mir, glaube ich, jetzt tatsächlich nochmal so in Gänze. Also, weil den hatte ich jetzt am wenig, also wusste ich, kannte ich, aber hatte ich am, glaube ich, mit am wenigsten parat, so sag ich jetzt mal. Ja, ja, ich hatte den auch damals einfach irgendwie gehört und fand den einfach gut, weil ich eigentlich auch eher Rockmusik mochte und das ist auch wieder so eine Mischung, ne, aus meinem, so. Äh, jetzt kommen wir zu den, zu, ja, da auch schon Altmeistern des Rock. Bon Jovi mit Every Day und Eminem Without Me. Ja, der war leicht. Ja, Eminem safe. Ähm, zu Bon Jovi habe ich folgendes, ähm, jedes Bon Jovo Lied ist 15 Sekunden lang unglaublich gut und ab dann langweilig. Mhm. Also, gilt, gilt vor allen Dingen für, ähm, ah, wie heißt denn, ähm, hier, It's My Life. Die ersten, weiß nicht, zehn Sekunden reißen alles ab und dann kannst du ausmachen. Und, ähm, ah, wie heißt das andere? Äh, ach, kacke. Also, es gibt schon, ja. Letting a song fall broken heart, ey. Living on a prayer. Nee, das ist, It's My Life, was du gesungen hast. Genau, nee, und dann noch, äh, 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 hier Dings. Shut to your heart and your, äh, bad, äh, you give love a bad name. Genau. Auch zehn Sekunden und dann aus. Ja, wo, also, ja, du hast schon recht, aber ich war damals ein riesiger Bon Jovi Fan. Nicht unbedingt das, was dieses Album hergebracht hat, da wo auch Every Day drauf war, aber was da vorkam, also, äh, It's My Life und auch die Sachen aus den 80ern, wie, äh, Wanted, Dead or Alive oder, ähm, Dry County sind richtig gute Songs, aber zu dem Zeitpunkt waren Bon Jovi halt einfach irgendwie auch schon ein bisschen anachronistisch. Also, ähm, ja. Und das haben sie ja bis heute irgendwie, jetzt, es wird ja immer seichter. Es wird jetzt mittlerweile echt zu so einer richtigen, äh, Country-Geschichte und, ah, nee, brauchen wir nicht mehr. Aber ich hab sie zweimal live gesehen. Genau, und Eminem Without Me, das war der, die erste Single-Auskopplung aus dem Album The Eminem Show, was wiederum das Folgealbum zu der legendären, alles zerberstenden, die Hip-Hop-Geschichte auf den Kopf stellende Marshall-Mathers-LP, ähm. War, also, das ist auch einfach immer noch sein bestes Album, das beste Rap-Album der zweiten Nullerjahre und war, oder, keine Ahnung, also, kann man nicht genug, und das war sozusagen sein, da war auch verhältnismäßig viel Pause, glaube ich, zwischen. So, dass man wenig von ihm gehört hatte, also, außer seinen Skandalen, die er da ständig, ja, mit allen möglichen halt, ne. Und, ähm, ja, und dann kam er damit auch unglaublich witziges, äh, Musikvideo. Ja. Ja, und hatte er ja schon immer, aber auch das besonders witzig und einfach guter Song und auch die Eminem Show noch gutes Album. Und danach ging's dann meiner Meinung nach eher wieder, eher bergab mit ihm auch, ähm, auch musikalisch. Und jetzt so mittlerweile die neueren Sachen kann man sich tatsächlich wieder ganz gut geben, aber der ist jetzt auch einfach durch. Also, der ist auch zu alt für diese White-Trash-Nummer und er soll jetzt einfach mal, ich wette, der hat nämlich auch echt genug Geld verdient, der soll's jetzt einfach mal lassen, ey. Das ist so wie den gerade schon benannten Tony Hawk, der muss jetzt auch nicht mehr skaten, so. Das war einfach die Zeit damals, so. Irgendwann. Das war eine andere Zeit damals. Wann war's denn? War das vor oder nach, ähm, Without Me? Äh, ich meine, Stan ist auf, Stan ist, meine ich, auf der Marshmatters LP, auch. Also, davor. Davor, ja. Aber Stan ist ja auch großartig. Das ist ganz schlimm, weil, also, genau, ist ja, gibt's ja dieses Featuring mit Daido, wo von Daido, wie heißt das Lied von ihrem? Thank you. Genau, dass da der, der, äh, Refrain praktisch ist. Und das wird ja immer noch ständig im Radio gespielt. Und dann höre ich das und denke, was, wie geil ist das denn? Aber dann ist es nur Daido. Dann ist es nur Daido. Und dann hab ich aber sofort wieder den, den, den ganzen Text von Stan im Kopf und geh den so den ganzen Tag durch. Weil, das ist dann, genau. Dann hab ich dieses Geräusch mit dem Schreiben. Und diesem Regen und so weiter, ja, das ist ja alles mit gesampelt. Naja, gut. Okay, äh, es wird düster, es wird dunkel, äh, es wird ein wenig wütend, denn jetzt kommen im November die Do-Nuts mit einem Cover von Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Und, ähm, noch einmal Nelly, aber diesmal mit Kelly Rowland zusammen, äh, Dilemma, genau. Und, äh, Dilemma, we're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. Oh, we're not gonna take it anymore. Das waren die, das ist ja 2002. Ja, Do-Nuts. Da kam das Lied raus. Ja, Do-Nuts. Ähm, weil, ich mein, klar, so in dem Alter hatte man ja auch so seine rebellische Phase, da war das genau der Song, den man, äh, seinen Lehrern und Eltern ins Gesicht schreien wollte. Und, ähm, bei Nelly und, äh, Kelly Rowland, ja von Destiny's Child, ne? Mhm. Genau, haben die sich da schon getrennt und waren alle so, oder war das nur so ein Solo-Lied, weiß man gar nicht so genau, ne? Es gab in diesem Jahr auch noch eine Single von Destiny's Child namens Emotions. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die sich genau, vielleicht genau in diesem Jahr getrennt haben. Okay, ja. Oder einfach auch schon nebenbei ein bisschen was so gemacht. Ja, und da, also, das kennt man natürlich auch und das ist halt auch so dieser, dieser Ja Rule, Jennifer Lopez, ob, also, völlig austauschbar, wer die alte und fette Rapper ist. Das ist echt wahr, ne? Komplett egal. Wobei diese, also, gerade halt das, der Song vielleicht so dann sogar für diese, ähm, äh, ähm, Tanzgeschichten am Eis gegangen, weil man immer dieses Hin und Her sogar da auch ganz viel drin hatte, ne? Also, so, so, so dialogisch, theaterhaft fast, ne? Ja, genau, ja. Das war auch dieses interessante Musikvideo, wo, ähm, äh, Kelly Rowland. So getextet haben, ne? Genau, getextet hat, aber. So Club-Handys. Mit so einem Club-Handy und dann, das war so, das war so ein Organizer, das war gar kein richtiges Handy oder das war so ein Handy-Organizer und dann hat sie die Textnachricht bei Excel geschrieben. Da muss man mal drauf achten. Schaut euch dieses Musikvideo mal an. Da muss irgendein Musikproduzent. Kein Wunder, dass die ein Dilemma hatten, ne? Die kamen nie an, die Nachricht. Digital Natives waren später erst, ey. Die textet ihrem Freund bei Excel. Genau, äh, ich muss aber sagen, also, klar, damals auf jeden Fall auch Doonuts, aber, äh, historisch gesehen jetzt von heute aus, würde ich auch sagen, kannst du genauso gut auch den Twisted Sister Song hören. Äh, und dann würde ich sagen, historisch ist irgendwie Nelly und Kelly Rowland irgendwie schon, ja, ist bekannt, also, mehr in die Musikgeschichte eingegangen, ne? Ähm, aber Doonuts, Shoutout nach Ibenbüren, es sind ja nur von hier aus 40 Kilometer nach Norden, also, Grüße, so, gehen raus an die Doonuts. Ähm, so, letzter Song, oder letzte zwei Songs, ähm. Schade. Ja, hat Spaß gemacht, ne? Das können wir ewig machen. Also, die, die, die Folge geht noch, äh, geht ja jetzt schon relativ lang, aber das könnte ich tatsächlich noch eine halbe Stunde machen, äh. Jetzt haben wir noch einmal, äh, äh, zwei Sachen dabei, und zwar, äh, Sum 41 mit Still Waiting und Punjabi MC Mundian Tubachke. Oh, dieser Song, äh. Ja, man hat ja gerade richtig gefeiert. Ja, unglaublich, mir ist ja direkt auch noch was anderes eingefallen, da muss ich jetzt eben schnell googeln, ähm, ähm, äh, schwierig, ähm, also, Sum 41, ähm, ist ja so mit Blink-182 so eine der prototypischen Pop-Punk-Bands dieser Zeit, das konnte man sich einfach auch immer alles gut geben. Ich würde aber tatsächlich hier jetzt einfach mal Punjabi MC, ähm, den, den Vorzug geben, also, weil dieses Lied, das haben wir wie doof gehört, einfach, das war so witzig. Das war so witzig, ja. Und ich möchte an der Stelle, ähm, um sozusagen hier, äh, bei dem, bei dem letzten Pärchen nochmal den, den Crossover, ähm, ähm, äh, Schluss sozusagen ziehen, ähm, fällt auf die Playlist von der Band Bloody Wood. Also, so wie Bollywood, aber halt Bloody, ähm, ähm, äh, auch, äh, Munien, Tubach-K, äh, Metal-Cover. Die sind nämlich einfach Punjabi MC, aber nicht mit Hip-Hop, sondern mit Metal. Also, so drei, so drei oder vier Inder sind das halt, die halt dann so, so diese typisch indischen Instrumente mit Metal kombinieren und halt ja eben auch ein, ein Punjabi MC-Cover haben und das ist unglaublich geil. Also, packen wir auch in die Playlist. Gönnt euch. Heute diese Playlist wieder richtig, äh, massiv gefüllt. Ja, ich kannte alle, 24 Songs waren es, ich kannte alle, tatsächlich. Sehr gut, ja. Ja, das ist einfach diese, diese Zeit, ne, also wir waren 15, 16 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Das prägt einen halt, ne? Das prägt, das prägt, ja. Genau. Äh, ich fand's auch bei Munian Tubach-K, war es ja auch so, dass da noch dieser Knight Rider Sound im Hintergrund war, ne? Das war ja so ein bisschen gesampelt mit der Titelmelodie von Knight Rider. Also, wie cool ist das? Also, diese Idee. Aber Sum41, das ist der Typ, der Avery Lavin bekommen hat, ne? Also. Ist das so? Ist das so, ja, das ist so. Das Schwein. Und pass auf, pass auf, weißt du, wer später dann Avery Lavin geheiratet hat? Ne. Chad Kröger. Achso, ich dachte, jetzt kommt Nelly. Von Nickelback. Von Nickelback, okay. Ja. Lebensleistung. Ja, und somit sind wir wieder quasi am, am Anfang quasi hier. So zerbröselt der Keks. So zerbröselt der Keks nun mal. Genau. So. Schön. Das war großartig. Das war sehr gut. Ja. So, und jetzt hab ich noch, ne, erzähl du erst gleich deine Hausaufgabe. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja eigentlich irgendwas, das könnte ich mir jetzt direkt vorstellen, das auch mal zu machen, aber bei mir, bei dir wird mir schwerfällen, so diese Pärchen, so, weil du ja doch so, so eigentlich so Rock und, also so zwei Rock Songs macht ja keinen Sinn irgendwie, ne? Ja, stimmt. Und eigentlich alles ist kein Musikgeschmack, ne? Ja. So sieht das nämlich aus. Typische Studi-VZ-Gruppe. Ja. Naja. Oder ich nehm dann, oder ich mach's dann irgendwie anders und dann nehm ich irgendwie so zwei Sachen, die du, so immer einen Schlagersong und einen Technosong aus dem Jahr oder so. So richtig ärgern, ja. So, was, was ist nicht ganz so schlimm? Technosongs gab's auch viele, aber da vielleicht nochmal einen anderen. Ich fand's auch schön, dass es genau 20 Jahre her ist und dass man da einfach jetzt mal ein bisschen in Erinnerung schwellen konnte. Ja, großartig. Okay. Sehr, sehr schön. Wieder sehr musikalisch die Folge, diese blumige Folge. Jo, ähm, du hast noch ein Gedicht, ne? Ich hab noch eine Hausaufgabe und dann machen wir hier. Dann machen wir langsam mal zu, ne? Feierabend hier in dem Bums, ne? Ja. Ähm, meine Hausaufgabe ist, äh, auch Musik. Ähm, und zwar hab ich auf dem Zettel die Band Saltatio Mortis. Ähm. Tendenziell so eine mittelalter Metal-Band. Ähm, ich würd hier insgesamt vier Lieder, ähm, nennen von diversen Alben. Ähm, das Besondere an denen, oder das ist besonders jetzt auch übertrieben, aber die haben so einerseits halt so so einen großen Block-typische Mittelalter-Themen und Sounds und aber auch diverse eher so gesellschaftskritische Songs, würd ich jetzt mal so sagen. Okay. Und, ähm, würd jetzt von, von jeder Seite sozusagen zwei, äh, zwei empfehlen. Ähm, von der, ähm, Mittelalter-Seite einmal Spielmannsschwur, klingt halt auch schon sehr danach. Ja, und, äh, Loki, großartig. Und, äh, von der anderen Seite einmal Besorgter Bürger und, äh, Wo sind die Clowns? Ah, schön. Alles, alles großartige Songs. Insgesamt, ähm, ähm, ja, tendenziell eher so ein bisschen härtere Band dieses, äh, Sub-Genres. Und live unglaublich gut. Also ich hab die, ähm, also gerade der, der Sänger, dessen Name ich natürlich nicht parat habe, unglaubliche Rampensau. Und, ähm, ich hab den gesehen, wahrscheinlich auf dem Wacken oder weiß nicht mehr irgendwo, ähm, da durften die dann auch schon auf einer der größeren Bühnen spielen. Und irgendwie so nach Song 2, ähm, sind seine Schuhe kaputt gegangen. Oder, oder einer seiner Schuhe. Und dann, äh, gut, ist eine Mittelalter-Behnlaufen und hat Barfuß, ne? Ja, genau, dann hat er die Schuhe ausgezogen. Und, also, erst mal mit einem halben Schuh, genau, und dann die ganze Zeit da barfuß rumgerannt und so. Was ja dann auch, aber ja, auf so, auf so Bühnen, also gerade dann da vorne, wo dann diese Gitter kamen, ist ja jetzt auch echt nicht gerade angenehm und auch irgendwie, weiß ich nicht, also. Ja, 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 klar. Irgendwo so ein Stück weit gefährlich und Pyro und so haben die halt auch. Und, weiß ich nicht, aber er ist da, eiskalt, barfuß hat er durchgezogen. Super, interessiert mich. Ja, Sattatimotis, gebt euch. Vom Stil her, ich bin gerade nicht so ganz dabei, auf dem Stand, eher Schandmal oder eher Subway to Sally? Dann war, schwierig. Oder gar nicht? Nee, eigentlich gar nicht. Also, Subway to Sally hat ja durchaus häufig auch so, schon so diese, wie soll ich sagen, so Gothic-Industrial-Einschläge, das haben die eher nicht und, also, vielleicht wie die härteren Sachen von Schandmaul. Okay. Ja. Da. Gut, vielleicht. Ja. Schandmaul mit mehr Gitarre. Schandmaul mit mehr Gitarre und weniger Schalmai. Mit mehr E-Gitarre. Ja, okay. Nee, Dulsack kommen viele vor bei Sattatimotis natürlich. Kommt auch, okay. Dann ist gut. Dann ist gut. Ohne Dulsack keine Mittelalter-Band. Ist aber auch so aus dieser Zeit, ne? Also, wir bleiben so in diesen frühen Nullerjahren hier, ne? Ja, großartig. Okay. Okay, großartig. Großartige Folge, großartige Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich so, denn uns die Klassenfahrt keinen Strich durch die Rechnung macht nächste Woche. Ansonsten müsst ihr eine Woche ohne uns auskommen. Und mir bleibt nichts weiteres zu sagen, als bleibt gesund und bleibt zu Hause. Ja, und ich habe ja gerade schon auf die Bewertungsmöglichkeiten hingewiesen, deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Ihr wisst wohl, ihr uns alle bewerten könnt, das macht er einfach dort. Und zwar, ja, am besten jetzt gleich sofort, wenn euch die Folge gefallen hat. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage an dich, bevor nämlich mein Gedicht kommt, muss ich erstmal wissen, welches Gedicht ich denn vortragen soll. Denn ich wollte dich bitten, dass du einen dieser Songs jetzt nochmal nennst, die ich dir vorhin hier vorgestellt habe. Und ich trage einfach als das Gedicht dieser Folge einen der Songtexte vor. Und bitte jetzt nicht Buster Rhymes. Danke. Ich kann dir auch nochmal kurz das Dokument hier einmal zeigen, dass du einmal alle vor dir siehst. Wobei eigentlich ist es eindeutig. Ich habe ja schon die lyrische Großartigkeit der massiven Töne gelobt. Das hatte ich nämlich auch schon wieder ausgesucht. Dann muss es das eigentlich auch geben. Dann machen wir das mal. Aber bitte, ich möchte das jetzt in maximaler Pathetik. Auf gar keinen Fall. Da könntest du auch nochmal irgendwie sowas drunter legen, dass es so richtig nach so einem hymnischen Vortrag dringend geht. Genau, richtig. Genau, das mache ich auch noch. Genau so. Also ich tue jetzt so, als wäre das ein richtiger, als wäre das Goethe. Ja, ja. Alles klar. Goethe mal zwei. Goethe hoch zwei. So. Okay. Dann machen wir das jetzt. Und ich verabschiede mich auch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin dann in Berlin und Martin Pieler ist dann weiterhin zu Hause. So ist das auch schön. Danke fürs Zuhören. Und jetzt kommen die massiven Töne mit Cruisen. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten nie am Losen, weil wir rulen, wenn wir cruisen. Yo. Ich sitze hinterm Lenkrad mit fettem Sound und offenem Fenster und represent, represent erschreckend. Denk in das Gangster-Image. Doch denk daran, kauf dir Pampers. Ich scheiß auf Tempolimits. Ich drück auf die Tube, rock die Bude. Jeder Bulle wird sauer wie ne Gurke, wenn ich hub, hub, hupe. Also kratz ich geschickt die Kurve wie ein Schurke, denn ich hab kein Bock auf Punkte in Flensburg. Also runter mit dem Tempo. Dann cruise, cruise, cruise. Ich mit 2002 Umdrehungen pro Minute auf der Suche nach der Stute und geb Hufe. Mit 200 PS nehme ich jede Puppe genau unter die Lupe. Ist sie prüde, ölig ihr Getriebe mit viel Liebe. Danke, ich zeig ihr meine Einspritzpumpe, weich nie ab von der Route und dreh noch ne Runde. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, nie am Lusen, weil wir rulen, wenn wir cruisen. Yo. Ich setz den Blinker rechts. Wir halten an der Tanke. Snacks und Sixpacks für die ganze Bande. Danke. Weiter in Kolonne, immer Richtung Sonne. Jeder drängelt sich nach vorne. Fuck. Radarkontrolle. Am Ortseingang, Props für den Mordsempfang. Zielfoto bitte lächeln. Herzlichen Dank. Ich schalt in den nächsten Gang. Die Bullen wollen den nächsten Fang. Verfolgen uns, fackeln nicht lang und halten uns an. Sie schauen bloß, staunen groß über den Rauchausstoß. Nicht aus dem Auspuff, sondern aus den Autos. Sie suchen nach Weed und Fluchen enttäuscht. Es ist da, wo es kein Bulle sieht, also weiter mit boomendem Beat durchs Wohngebiet. Wir lassen uns von Bass den Rücken massieren. Das Blech vibrieren, während wir wie die Chefs chauffieren. Wir wollen keinen Stress riskieren, nur unser Revier markieren, damit alle kapieren, dass wir existieren. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küstchen grüßen. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten nie am Losen, weil wir rulen, wenn wir cruisen. An alle Dreier-BMWs und Cabrios, an alle Golf-GTIs mit Alpine-Radios, an alle Verkehrs-Rowdys, an alle S4, S6, S8 Audis, an alle BMXer, Biker, Dreiradler, Lowrider und Daimler-Fahrer, alle mit dicken Schlappen, alle mit Alufelgen, umlackierten und frisierten Autos sind Helden. Alle Trucker, die nie ausschlafen, keine Pause machen und auf Autobahnen ihr Zuhause haben, an alle Camper mit Kindern, alle Temposündern mit zwölf Zylindern. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, nie am losen, weil wir ruhen, wenn wir cruisen.